Ja, das Besondere an dem Produkt ist, dass sich hierbei um ein Medizinprodukt handelt und es quasi das erste Medizinprodukt ist, was in Teil D Pro hergestellt ist und aber auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Ich bin sehr glücklich, weil ich habe schon auf sie gedacht, ich bin sehr glücklich, ich bin einfach nur gespannt, was jetzt so im Alltag passieren wird, was sie für mich nutzen kann. Und klar, jetzt sehe ich, ich kann das machen, sie bewegt sich, aber wo kann sie mir denn noch helfen? Ich bin sehr glücklich.